Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies. In diesem Video wird es nochmal um Tencent und NetEase gehen. Das ist ja so ein ganz kleines kurzes News Video, so ein Teaser quasi, aber in diesem Video gucken wir uns halt die beiden Charts mal an. Die sind heute wieder richtig unter Druck. NetEase bei knapp minus 10% seht ihr jetzt hier nicht, weil ich das Ganze eingezeichnet habe. Das hier ist jetzt an der NYSI, aber bei Tencent können wir sehen, vom Zeitpunkt waren wir zwischenzeitlich oder vom Schlusskurs gestern waren wir zwischenzeitlich mal bei minus 10,8%. Jetzt gerade nur noch bei minus 6,27% und beide Aktien betrifft die gleiche Nachricht und zwar geht es dort um einen Zeitungsbericht. Es geht nicht nur um irgendeinen Zeitungsbericht, sondern um einen Zeitungsbericht der Economic Information Daily. Das ist, ich würde jetzt gerne sagen, eine nahe Zeitung oder nah an der Regierung. Allerdings muss man einfach sagen, es ist eine von der Regierung kontrollierte Zeitung und letztendlich ist es so, dass die sehr, sehr negativ über Gaming gesprochen haben. Und nicht nur ein bisschen negativ, sondern extrem negativ und genau das ist das Problem, weswegen wir hier jetzt wieder sehen, Tencent wird wieder extrem abgestraft. Gut, muss man sagen, wir sind hier wieder ein bisschen zurückgekommen. Heißt also, es gibt schon eine Gegenreaktion, so ist das nicht, aber darum soll es jetzt mal ganz kurz nicht gehen, es soll jetzt erstmal ganz kurz um die News gehen. Denn letztendlich ist es so, dass in einem Artikel stand, dass Gaming sehr, sehr süchtig macht natürlich, dass das gerade für die Schüler und auch für die Jugendlichen eine elektronische Droge ist und quasi so ein Opium für die. Das Problem ist einfach, dass man im gleichen Zug nicht nur das gesagt hat, sondern auch gesagt hat, dass die Schulnoten darunter leiden. Das heißt also, die Schüler werden schlechter und dass man sich damit eine komplette Generation zerstören könnte. Und genau das stand da drin, aber es stand auch da drin, dass man weiter fordert, dass dort wieder neue, ich sage mal Einschränkungen bzw. Beschränkungen kommen. Und genau das ist jetzt wieder Tencents Problem bzw. jetzt in dem Fall können wir auch sehen, NetEase ist das Problem, weil wir sehen jetzt hier wieder sehr, sehr gut, die Beschränkungen sollen wieder kommen. Das heißt, der Staat greift wieder ein, ihr habt das jetzt schon so oft mitbekommen in letzter Zeit, gerade was die chinesischen Aktien angeht. Der Staat greift irgendwo ein, es geht wieder erstmal nur bergab, weil wieder neue Beschränkungen kommen. Die gehen dann höchstwahrscheinlich zumindest auch auf den Gewinn und auch auf den Umsatz. Ich könnte mir jetzt auch gerade zumindest ich persönlich jetzt im Kopf nichts vorstellen, was jetzt nicht auf den Gewinn oder Umsatz vielleicht gehen könnte, was jetzt eine große Beschränkung wäre. Also wirklich eine große, es geht jetzt nicht um kleine. Deswegen ist das so eine Sache und deswegen sehen wir hier auch Tencent bzw. NetEase wieder stark unter Druck. Außerdem nochmal ganz kurz als Nebeninfo, sollen wohl 2020 laut diesem Bericht dann fast die Hälfte der chinesischen Kinder unter Kurzsichtigkeit leiden. Und die Zeitung gibt jetzt halt erstmal den Gaming die Schuld, sei es da jetzt mal hingestellt, ob das jetzt nur da dran liegt. Aber letztendlich ist das natürlich einfach für eine staatlich kontrollierte Zeitung einfach sehr, sehr negativ bzw. nicht negativ für die Zeitung, sondern negativ einfach für die Konzerne. Da kann man jetzt davon ausgehen, dass dann dort tatsächlich nochmal wieder Beschränkungen kommen. Sind jetzt bei 18, 19, eh schon welche gekommen. Warum sollte sich das jetzt nicht ändern? Das also einmal zu den News. Wenn wir uns das Ganze mal von außen angucken, klingt das natürlich jetzt erstmal nicht so gut. Heißt also, man könnte davon ausgehen zumindest, dass wieder Beschränkungen kommen. Auch gerade, wenn man gesehen hat, in dem E-Learning-Bereich hat man sehr, sehr hart durchgegriffen. Und das könnte jetzt natürlich auch im Gaming-Bereich irgendwo so in diese Richtung laufen, dass man dort hart durchgreift. Einfach um diese Zerstörung der Generation, wie man es selber genannt hat, aufzuhalten. Deswegen sehen wir jetzt halt auch gerade das Minus. Tencent ja so oder so nicht wirklich gut gelaufen. Wir haben hier einfach einen sehr, sehr starken Abwärtstrend. Waren wir bei All-Time-High hier bei 776 Hongkong-Dollar. Aber mittlerweile haben wir von diesem Wert ungefähr bis zum jetzigen Zeitpunkt 42,8% verloren. Zwischenzeitlich waren wir schon mal bei minus 45,6%. Und wir können sehen, wir haben hier eine Unterstützung. Und die unterstützt immer, ich weiß nicht, ob ihr es am Anfang des Videos gesehen habt. Oder jetzt immer mal drauf geachtet habt. Es gibt immer mal wieder eine Gegenreaktion gerade. Und wir kommen hier immer mal wieder über diese 446 Hongkong-Dollar drüber. Noch ist die Börse halt im Übrigen auf. Das heißt, es kann sich ja auch noch zumindest leicht was verändern. Und letztendlich ist es so, dass diese Unterstützung hier eigentlich relativ wichtig wäre, wenn sie hält. Ansonsten könnte es ja auch durchaus sein, dass wir dann vielleicht weiterhin auch erstmal fallen. Das heißt, wir können jetzt hier vielleicht nochmal die Richtung 420 Hongkong-Dollar testen. Hier haben wir im Übrigen Punkt 1 diese Unterstützung, beziehungsweise den Widerstand aus etwas älterer Zeit. Außerdem sehen wir hier so eine kleine Unterstützung in diesem Bereich, wo wir einfach zumindest auch während des Tages, also während des Tageskurses einfach mal abgeprallt sind. Und deswegen können wir hier durchaus davon ausgehen, dass es jetzt entweder natürlich erstmal wieder in Richtung, ups, in Richtung Norden geht. Das heißt also vielleicht bleiben wir jetzt hier über diesen 446 Hongkong-Dollar oder knapp da drunter. Das ist letztendlich ja nur so eine Richtlinie. Soll jetzt nicht auf einen halben Hongkong-Dollar ankommen. Aber wenn das so wäre, dann könnte man durchaus vielleicht darauf spekulieren, dass wir hier einen Rebound haben. Eventuell geht es dann sogar in Richtung 480 Hongkong-Dollar, nicht von heute auf morgen, sei das mal ganz wichtig dazugesagt. Aber das wäre dann zumindest so ein kurzfristiges Ziel noch. Sollten wir tatsächlich hier nach unten jetzt wirklich ausbrechen und hier unter auch bleiben, auch Tageschlusskurs, vielleicht morgen noch einen schlechten Tag haben, dann wäre es auf jeden Fall realistisch, dass wir erstmal wieder in Richtung 420 Hongkong-Dollar laufen. Das wäre natürlich auch gar kein gutes Zeichen für Tencent. Wir sind eh schon, wie ich gerade gesagt habe, mit einem sehr, sehr starken Abwärtstrend und aktuell hält hier einfach überhaupt nichts. Wir sind eigentlich immer nur noch in eine Richtung. Wir hatten hier mal eine Unterstützung bei knapp 520 Hongkong-Dollar, die gehalten hat. Da muss man jetzt ja auch einfach sagen, da sind wir mittlerweile halt auch wieder knapp 15% weg. Also es sieht gerade nicht wirklich gut aus. Das also einmal zu Tencent. Ich würde jetzt persönlich ein bisschen die Füße stillhalten, habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Langfristig würde ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen, wenn ihr jetzt wirklich überzeugt seid davon, dass das Unternehmen absolut bockstark ist. Bin ich auch persönlich, aber auch, dass die chinesische Regierung da jetzt nicht so weit eingreift, dass es wirklich auch hart auf den Gewinn und den Umsatz sich auswirkt. Könnt ihr natürlich jetzt auch einsteigen. Ich würde vielleicht nur ein, zwei Tage warten, ob sich das Ganze ein bisschen stabilisiert, ob sich ein Boden findet. Wenn ihr es unbedingt wollt, dann soll euch da aber natürlich auch nichts im Weg stehen. Dann könnt ihr natürlich einkaufen. Ich denke, ich persönlich würde jetzt erstmal noch ein paar Tage zumindest abwarten, was jetzt passiert. Und ich persönlich, persönlich, also für mein Depot werde Tencent aktuell nicht verkaufen, aber auch einfach nichts Neues reinnehmen. Dementsprechend das also einmal von meiner Seite aus. Und wir kommen jetzt zu NetEase. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr übrigens auch gerne abonnieren und liken. Da freue ich mich immer drüber, beziehungsweise wir alle. Dementsprechend könnt ihr das gerne machen. Wir kommen jetzt zu NetEase, wie ich gerade gesagt habe. Und wie ich gerade auch schon erwähnt hatte, sieht es bei NetEase so aus, dass wir hier gerade noch die Börse geschlossen haben. Heißt also, wir sind hier gerade an der New Yorker Börse. Und wir können jetzt hier den letzten Kurs halt nur von gestern Abend sehen. Allerdings habe ich es hier mal gelb eingezeichnet. Wir sind bei ungefähr minus, könnt ihr jetzt auch sehen, minus 9,5. Also knapp in diesem Bereich. Ich habe es jetzt eben einmal geguckt, wie wir in Deutschland stehen. Dementsprechend habe ich es hier jetzt eingezeichnet. Heißt also, wir sind ungefähr bei 95 US-Dollar 23. Also hier wieder ein ziemlicher Abschlag, wie ich gerade gesagt habe, minus 9,5 Prozent ungefähr. Es könnte jetzt hier auch durchaus erstmal wieder in Richtung Süden gehen. Wir können das hier schon sehen. Wir haben hier vielleicht so eine leichte Unterstützung. Heißt also, wir bleiben hier vielleicht. Wenn es jetzt gut läuft, könnten wir auch hier auf einen Rebound bauen in Richtung 100 US-Dollar. Das wäre halt wieder so ein bisschen so eine psychologische Marke, sage ich mal, so eine wichtige psychologische Marke. Ich mache das mal ganz kurz grün, wenn man es besser als Widerstand erkennen kann. Wenn wir jetzt tatsächlich hier überhaupt keinen Boden finden und es bei NetEase dann genauso weiter geht, wie halt auch bei Tencent. Dann können wir halt auch einfach hier davon ausgehen, dass es vielleicht erstmal weiterhin bergab geht. Eventuell geht es dann nochmal wieder in Richtung 90 US-Dollar. Also in Richtung dieser nächsten Unterstützung. Sollte auch diese nicht halten. Das ist durchaus realistisch in Richtung 85 US-Dollar. Wenn wir wirklich jetzt wieder einen richtig starken Rebound haben, vielleicht die Amis das jetzt auch nicht so negativ sehen, wie wir das jetzt offensichtlich gesehen haben. Oder wie die Chinesen das auch selber sehen. Dann könnte es hier auch durchaus erstmal weitergehen in Richtung 105 US-Dollar. Da wäre ungefähr die 200-Tage-Linie, können wir sehen, die blaue Linie bei 104 US-Dollar bzw. bei 104 US-Dollar und 60 ungefähr dann der nächste Widerstand. Heißt also insgesamt können wir jetzt erstmal darauf spekulieren, dass ein Rebound kommt. Ich würde es nicht machen. Ich muss ehrlich sagen, ich würde hier weder langfristig gerade investieren, noch jetzt unbedingt rein investieren. Man muss sagen, der amerikanische Markt reagiert in letzter Zeit auch immer so ein bisschen anders. Also muss nicht unbedingt genauso wie der deutsche Markt reagieren. Den haben wir gestern zum Beispiel bei Square gesehen. Hier waren sie glaube ich bei minus 7% oder was oder minus 6% und in den USA ist es dann auf plus 11% hochgeschossen. Heißt also, ich würde zumindest einmal abwarten, wie die Reaktion dort aussieht oder halt dementsprechend bis der US-Markt öffnet, trainen. Ansonsten würde ich hier jetzt gerade nicht unbedingt einsteigen. Das also von meiner Seite aus könnt ihr natürlich trotzdem machen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.